Erschiene Sanford war ein US-amerikanischer Schauspieler. Leben und Karriere Erschiene Sanford begann seine Schauspielkarriere beim Theater. Zwischen 1916 und 1941 spielte er in über 30 Broadway-Stücken und war Mitglied der angesehenen Theater Guild einer Vereinigung von Schauspielern. Sanford spielte alleine zweimal am Broadway in der Titelrolle der Komödie MR. P.I.M. Passes bei Angeblich war im R. P.I.M. Passes bei mit Sanford in der Hauptrolle das erste Theaterstück, das der siebenjährige Ossen Wells überhaupt sah. Backstage soll Sanford dann freundliche und ermutigende Worte mit Wells gewechselt haben und ihn so zu einer Schauspielkarriere inspiriert haben. Ob diese Erzählung wahr ist oder nicht ist unklar. Jedenfalls verließ Sanford die Theater gilt im Jahre 1936, um Wells neu gegründete Mercury Theater beizutreten. Ende der 1930er Jahre begann Sanford seine ersten Filme in Hollywood zu drehen. Seine Verbundenheit mit Wells blieb jedoch bestehen. In den 1940er Jahren drehten sie zusammen sechs Filme. Seine vielleicht bekannteste Rolle hatte er als verwirrter Chefredakteur des Inquirer in Wells Filmklassiker Citizen Kane, dessen Zeitung von der Titelfigur übernommen wird, worauf Sanford die Zeitung entrüstet verlässt. Er drehte mit Wells ebenfalls der Glanz des Hauses Amber Sun und die Lady von Shanghai. Daneben drehte er auch mit anderen Regisseuren wie Fritz Lang, Max Ophilz und Alfred Hitchcock. Häufig wurde er als etwas komischer Arzt, Richter oder Priester eingesetzt. Viele von Sanfarts kleinen Auftritten blieben allerdings im Abspann unerwähnt. Er zog sich 1952 nach fast 40 Filmen aus dem Schauspielgeschäft zurück. Er verstarb 1969 mit 83 Jahren. Filmografie